Das Lingner Schloss, eigentlich Villa Stockhausen, ist das geografisch mittlere der drei Elbschlösser in Dresden. An zentraler Stelle des ehemaligen Weltkulturerbes Dresdner Elbtal gelegen, bietet seine Terrasse einen imposanten Ausblick auf einen großen Teil des Areals und es wurde als Sitz des Welterbezentrums ausgewählt. Die Bezeichnung Lingner Schloss ist heute gebräuchlicher als der ursprüngliche Name Villa Stockhausen. Entstehung unter Albrecht von Preußen Die Villa wurde 1850 bis 1853 im Auftrag des Prinzen Albrecht von Preußen auf einem der Weinbergsgrundstücke erbaut, die zuvor seit 1803 im Besitz des schottischen Adligen James Rogel wie sieben Erloff und Leiter gewesen waren. Sie war als Wohnsitz für Baron von Stockhausen bestimmt, den Kammerherrn des Prinzen. Bis zur Fertigstellung seines eigenen Anwesens des benachbarten Schlosses Albrechtsberg wohnte der Prinz selbst in dem Gebäude. Landbaumeister Adolf Lose war der Architekt des klassizistischen Baus. Er gestaltete auch die Innenräume. Um das Schloss wurde ein Park angelegt. Auch ein Weinberg gehörte zum Areal. Im Jahr 1891 erwarb der Dresdner Nähmaschinenfabrikant Bruno Naumann die Villa und ließ sie umbauen. Nutzung durch Karl August Linkner Im Jahr 1906 kaufte der Dresdner Unternehmer, Erfinder und Metzen Karl August Linkner das Anwesen. Der Vermarkter des Odol-Mund-Wassers war nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, sondern auch Stifter des Hygienemuseums in Dresden. Linkner liebte außergewöhnliche Lösungen und Ideen. Er ließ Schloss und Park in diesem Sinne umgestalten und legte sogar einen kleinen Zoo an. Als besondere Attraktion entstand eine private Standseilbahn vom Schloss ins Elbtal, deren Bergstation und Trassenführung noch erhalten sind. Außerdem wurde für Linkner eine Orgel konstruiert, deren Töne per Telefon zu Freunden übertragen werden konnten. Der Architekt Wilhelm Kreis schuf unter Mitarbeit des Malers Franz von Stuck eine neue Innenausstattung für Linkners Schloss. Hans Pölzig errichtete in Zusammenarbeit mit Georg Kolbe ein Mausoleum im Park, in dem Linkner 1921 beigesetzt wurde. Das ehemalige Speisezimmer, gestaltet von Wilhelm Kreis, ist mit einem Wandfries versehen. Der 18 Kopien der 10 Reliefs der Sängerkanzel vom Dom Santa Maria del Fiore in Florenz von Luca della Robbia zeigt. Gestaltet sind die Bibelfase des Psalm 150, Laudate Dominum, die Sänger der linken Seitentafel, Cantori, die Tuberbläser, Laudate Eum in SONOTUBAE, Die Psalterium-Spieler, Laudate Eum in PSALTERIO, die Chittara-Spielerinnen ETCYTHARA, die Trommler, Laudate Eum in TIMPANOE, die Sänger der rechten Seitentafel, Cantori, der Kinderreigen ETCHORO, die Kinder mit Handorgel und Seiteninstrument, Laudate Eum in Chordes ET OrganoE, Die Tambourinspieler, Laudate Eum in CIMBALIS BENESONANTIBUS Die Zimbelschläger, Laudate Eum in CIMBALISUBILATIONIS Linkners Testament In seinem Testament vom 22. Mai 1916, das er zwei Wochen vor seinem Tod aufsetzte, stiftete Linkner das Anwesen der Stadt Dresden. Dies war allerdings mit folgenden Auflagen verbunden. Die Bevölkerung erhält freien Zugang zum Park, ihr soll auch das gesamte Schloss zugänglich gemacht werden. Im Hauptgebäude soll sich ein Café oder Restaurant mit den im Umkreis niedrigsten Preisen befinden. Punkt. Nutzung in jüngerer Zeit Von den Angriffen des 13. Februars 1945 blieb das Lingner Schloss verschont. Es diente danach in wechselnder Funktion als Lazarettkommandantur und Wohnheim. Nach einem Umbau durch Gerhard Uder zog 1957 der Club der Intelligenz, der auch als Dresdner Club bezeichnet wurde, in die Räumlichkeiten ein. Dieser Treffpunkt von Künstlern, Wissenschaftlern und anderen Persönlichkeiten wurde von Manfred von Adermittini tiiert. Beim Umbau des Gebäudes 1956-57 ging ein Großteil der historischen Innenausstattung verloren. Ab 1993 stand das Gebäude leer, wodurch es aufgrund nicht erfolgter Instandhaltung und Vandalismus zu ernsthaften Zerstörungen kam. Auf Initiative eines Dresdner Unternehmens gründeten Bürger 2002 den Förderverein Lingner Schloss E. V., der sich für eine neuerliche Nutzung einsetzt. Die insgesamt 70 ehrenamtlichen Mitarbeiter und etwa 320 Mitglieder setzen sich zusammen aus Dresdner Bürgern, 62 Unternehmern und Vereinen, auswärtigen Freunden und weiteren Unterstützern. Das Konzept sieht vor, nach einer Sanierung das Lingner Schloss zu einem offenen Haus mit Café, Restaurant und Terrassenwirtschaft zu machen. In den Räumen soll es Ausstellungen und Führungen, Veranstaltungen, eine Bibliothek, Clubräume und Möglichkeiten für Tagungen und Konferenzen geben. Der rechtliche Rahmen dafür ist ein für 66 Jahre geltender Erbbauvertrag mit der Stadt Dresden, der mit einem parteiübergreifenden Mehrheitsvotum 2003 vom Stadtrat angenommen wurde. Die Kosten der Sanierung werden auf 11 Millionen Euro geschätzt, wobei 5 Millionen bereits eingeworben werden konnten. Davon 10% aus öffentlichen Förderprogrammen und Zuwendungen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und anderer Einrichtungen. Die Sanierungsarbeiten begannen 2004. Seitdem wurden einige Räume wieder für Veranstaltungen genutzt und die Freiterrasse in den Sommermonaten gastronomisch bewirtschaftet. Im Mai 2010 wurde im Ostflügel das Restaurant wieder eröffnet. Dort wird in Erfüllung von Lindners Testament ein wechselndes alkoholfreies Getränk zum günstigen Preis von 75 Cent angeboten. Von 2007 bis 2009 hatte in einem Teil der Schlossräume das Weltherbitzentrum Dresdner Elbtal seinen Sitz. Untertitelung des Z von 2010 Gettest